Ja, wir nehmen auf. Freunde, schön, dass ihr da seid. Hier ist Vic für euch am Mikrofon. Ein spontaner Live-Mitschnitt. Das heißt, jeder Fehler, jeder Versprecher wird gnadenlos auf YouTube hochgejagt und hochgeladen und da müsst ihr jetzt durch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es mitgekriegt. Die Ärzte haben ein neues Album angekündigt für den September dieses Jahr. Und das, obwohl das letzte Album so erst kürzlich rausgekommen ist. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Abonniert doch diesen Kanal, wenn ihr auf Rock'n'Metal steht und sowieso Daumen nach oben und hat euch am Ende das Video nicht gefallen, könnt ihr diesen Daumen entfernen oder noch besser, lasst den Daumen einfach oben und schreibt noch was in den Kommentaren. Und nicht nur irgendetwas, denn ich habe eine Frage an euch und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, denn ich sitze hier gerade mit gemischten Gefühlen. Ich möchte nämlich das neue Ärzte-Album vorbestellen, Dunkel, und ich freue mich eigentlich ja schon darauf. Weswegen eigentlich? Ja, ich schalte mal um. Hoffentlich funktioniert alles, wie ich es möchte. Das ist dann immer live. Ah, ja, da haben wir es. Dunkel. Alleine schon das Cover. Ich finde es geil. Ich finde das Cover richtig cool. Ich finde es auch geiler als Hell, das Vorgänger-Album. Ich mache es mal hier im neuen Tab auf. Hell, ja, Hell und Dunkel. Da haben wir zwei Gegensätze, ein schwarzes Album, ein weißes Album. Und Hell erinnert auch nochmal an das deutsche Wort, äh, guten Morgen, Herr Vanizek, an das englische Wort Hölle. Ja, was war ich heiß? Nach so vielen Jahren bringen die Ärzte endlich ein Album raus und dann kam die Single Morgens Pauken und ihr wisst ja, ich bin so ein Rodriguez-Fan, ne? Äh, dann kam True Romance und ich dachte, das wird das einzige geilste Album überhaupt. Dann erfahre ich, da sind satte und schreibe 18 Songs drauf. Hier ist 18 Songs und das neue Album setzt nochmal oben ein drauf, nämlich, das werden 19 Songs. 19 Lieder auf dem neuen Album. Und, ja, jetzt, jetzt kommen wir zu meiner Selbsthilfe-Gruppe hier. Ich weiß nicht, wie es euch hier geht, aber ich habe da so ein bisschen Angst vor dem Gedanken, Quantität vor Qualität. Ihr habt hier meine Review mitgekriegt, oder auch nicht, ist auch nicht schlimm, ähm, könnt ihr ja immer noch nachholen, über das Album Hell. Yes. Ich habe am Ende gesagt, ich bin zufrieden mit dem Album, ich habe meine 8, 9 Songs, die ich geil finde, aber unterm Strich, wenn ich sage, ich habe da 8, 9 Songs, die ich geil finde, bedeutet das ja auch, äh, die Hälfte gefällt mir nicht. Ja? Oh, guck mal, eine Animation. Wow, das 21. Jahrhundert, irgendwann holt es uns alle ein, ja. Das bedeutet ja, dass mir die Hälfte der Songs nicht gefällt und ich habe mit einigen anderen Leuten auch gesprochen, die meinten auch, ach ja, wir haben da unsere 10 Songs, ich habe da meine 10 Songs, die ich immer wieder höre und, ja, aber das bedeutet ja, dass so viele Songs einfach daneben gegangen sind. Zumindest an meinem Ohr oder beziehungsweise an deinem Ohr. Deswegen mal ganz kurz Feedback, war das bei euch auch so, dass ihr sagen würdet, ja, mir gefallen in Anführungsstrichen nur 50 bis 65 Prozent der Songs, aber aufgrund, dass es so viele Songs sind, ähm, habe ich genug geile Lieder, die ich mir regelmäßig anhöre. Ja, und ich habe jetzt auch so ein bisschen die Angst, dass es bei Dunkel passiert. Wie ist Dunkel überhaupt entstanden? Äh, ja, die Ärzte haben Touren geplant, drei Touren stehen an. Liebe Freunde, also wer da jetzt kein Ticket bekommt und ein Ticket haben möchte, also das glaube ich jetzt nicht. Also sollte wohl drin sein, ähm, drei Touren stehen an, klar Corona, alles wurde irgendwie verschoben und diese Zeit haben sie genutzt, um noch ein Album aufzunehmen. Vor allen Dingen aus der letzten Session sind einfach auch Songs übrig geblieben. Ja, von mir aus, ich freue mich eigentlich auf das neue Album, aber ich hatte bei Hell einen Gedanken gehabt. So einen ganz bösen Gedanken, ja. Was ist, wenn die Ärzte, also das ist wie gesagt ein böser Gedanke, aber der spielt dann immer so unterschwellig mit. Mit Quantität vor Qualität. Komm, wir haben hier noch ein paar Ideen aus unseren, ähm, Solo-Abenteuern, die sind übrig geblieben. Das bringe ich jetzt mal mit zu den Ärzten und er bringt das mit zu den Ärzten. Und, ähm, Rot hat nur zwei Songs mitgebracht. Das sieht für mich so ein bisschen halbherzig aus. So, da war für mich immer dieser Gedanke, ey, haben die die geilen Songs jetzt eigentlich für ihre Solo-Projekte aufgehoben? Kann das sein? Sind die geilen Songs echt für die Solo-Projekte aufgehoben worden und die schlechten oder die mittelmäßigen Ideen oder die okayen Ideen oder nicht fertigen Ideen wurden für Hell umgesetzt? Ja, weiß ich nicht. Oder war das jetzt einfach nur eine, ja, mittelmäßige Produktion, möchte ich nicht sagen. Es ist ja hochklassig, auch die Lieder sind eigentlich gut und jede Garagenband wäre froh, wenn die solche Songs hätten, auch mehr als nur Garagenbands, ne? Aber für die Ärzte erwarte ich nun mal ein anderes Niveau. Och, das trifft es jetzt. Für die Ärzte habe ich ein anderes Niveau erwarten und das wurde bei mir jetzt nicht erfüllt. In Anführungsstrichen nur die Hälfte. Aber wenn man sich die letzten, das letzte Album von Farin Urlaub anguckt oder bei von BLAB, das fand ich jetzt alles auch nicht so geil. Vielleicht haben die Ärzte einfach nicht mehr diese Stärke wie früher. Generell hatte ich das ja auch im Morgens-Pauken-Video erklärt. Es gibt eine Ärzte-DNA. So wie die Ärzte ihre Songs aufbauen, so wie die Ärzte ihre Songs performen, uns schreiben und witzig und doch irgendwie intellektuell. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren wirklich nur Rodrigo González gut hingekriegt. Er hat diese Ärzte-DNA wunderbar in seinen Songs verpackt und ich fand bei diesen zwei Songs, die er hier gemacht hat, das eine war dieses Plastik, hier Polyester-Geschichte und Morgens-Pauken. Super. Klasse, ne? Und ja, bei Dunkel habe ich jetzt so ein bisschen Angst, dass es, ja, dass es so sein könnte. Die wollen mein Passwort haben. Ihr bekommt es nicht, ne? Und, aber, deswegen meine Frage an euch. Werdet ihr das neue Album Dunkel direkt bestellen, so wie ich? Oder wartet ihr erstmal ab, bis die ersten Singles auf dem Markt sind oder bis ihr das auf Spotify Pro behören könnt oder auf YouTube? Oder meint ihr, genauso wie ich, schon mal vorbestellen? Nein, es sind ja schließlich die Ärzte. Und wenn nur die Hälfte uns gefällt, ja, auf dieser CD, nach manchen Quellen sind es ja zwei CDs. Wir lassen uns überraschen. Amazon sagt, es ist nur eine Disc, aber laut Pressetext haben einige Zeitungen geschrieben zwei CDs. Naja, 19 Songs ist auch gar nicht abwegig auf zwei CDs. Aber wenn uns nur die Hälfte der Songs gefällt, dann haben wir doch zehn, neun gute Songs und dann ist doch alles geil, oder? Dann lohnt es sich schon. Oder, glaubt ihr, das ist wieder so eine Geschichte wie bei Hell? Wir hauen einfach mal alles raus und dem einen wird das gefallen, dem einen das, 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 das. Und was wünscht ihr euch? Was wünscht ihr euch? Also die Frage, seid ihr direkt mit dabei oder erstmal abwarten, wie dunkel wird? Und was wünscht ihr euch für dunkel, für hell, was mir zu kurz kam, waren einfach, ja, keine Provokationen, Mann. Als Punkband, als Rockband muss ich ein bisschen mehr provozieren und, ähm, ja, hier war wieder so ein bisschen das Thema Rebellion ohne Widerstand, ja. Über das, was man groß meckern kann, ohne dass es groß gemeckern zurückgibt, das machen wir jetzt. Aber wirklich so mal auf die Scheiße hauen oder so, keine Ahnung. Das hat mir ein bisschen gefehlt, ja. Ja, besonders gerade in dieser Zeit, wo wir, ähm, das Thema Frauenrechte, Rechte von Homosexuellen haben und gleichzeitig das Thema Islamismus. Das, fände ich, ist doch mal ein schönes, provokantes Thema, was man mal auf den Tisch hauen kann. Ja, ja, das würde ich mir von einer Rockband wie die Ärzte wirklich wünschen, anstatt Rebellion ohne Widerstand. Ja, also, was wünscht ihr euch von dunkel und seid ihr dabei? Oh, ich habe jetzt einen Anruf von Josefs World. Wir werden nämlich gleich ein Interview führen und das werdet ihr nachher bei mir auf dem Kanal sehen. Es geht wieder um das Thema Mystery, nämlich Tierverstümmelung. Hier habt ihr noch zwei weitere Videos von mir. Gerne einschalten. Danke, dass ihr dabei wart bei meiner Selbsthilfegruppe und, ja, muntert mich auf. Sagt, dunkel wird das geilste Album von den Ärzten überhaupt. Dann werde ich euch lieben, ja, wenn ich es euch auch glaube. Aber ich habe, ich habe mehr positive Gefühle bei dunkel als negative. Ja, Freunde, das war's. Euer Vic von Medachemie. Und sagt, dunkel ist geil.